Ich kann mich raus sehen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Normal Games Carry mit Kuro. Moin moin. Und ja. Alter, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn jetzt dreimal gesehen haben. Nicht worry, ich werde dir auf den Kopf bringen. Alter Phoenix, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns dreimal sehen hintereinander? Keine Ahnung. Wer einmal hat sich aus dem Ring gedrofft, die haben zu früh gekillt. Nice. Typ parlai, äh, Frosé. Auf Englisch. Der ist deutsch, der Mann. Der soll schlafen. Digga, sprich einfach deutsch, was ist los mit dem? Kuh? Au du, au du Französ? Was wüsst du von mir? Ich bin von vorne zu. Das ist gut, ich habe ein deutsches Ziel. Wir können auch eigentlich von deutsch reden hier. Das ist wirklich so. Ich bin immer so in Englisch. Die Koi. Viel angenehmer. Ich bin schon fast. Ich bin schon fast. Nice, Jungs. Thanks for helping me take out the trash. Sind alle deutsch oder was? Ja, einer. Ja. Ist race deutsch? Ja. Ja. Okay. Er cured mit mir. Ich habe dich gemutet, weil ich dich in Discord höre. Stimmt, ich muss dich auch öffnen. Ja. Launching smoke. Shut up. I don't need it. I don't need it. One enemy remaining. Ace, ace, ace. Las mir, las mir, las mir. Ja, ja. Ich werde das. Ich werde das. Nice. Send five more. We can do this again. So startet dann mal ein Video, Leute. Also, schön die Abos raushauen hier. Und Likes. Und Likes nicht vergessen, genau. Weil wenn es euch gefällt, dann machen wir gerne weiter damit. Weil uns macht es auch riesen Spaß. Hört man mich gut? Ist man richtig? Ja. Ausgewählt oder nicht? Ja. Habe ich die ganze Zeit davor auch gehört? Ja. Okay. Mein Team ist da mal scheiße. Ich bin nicht sicher. mit last einfach 70 digger einfach 11 ich glaube ich habe aber auch selten das man komplett deutsches team hat aber es macht schillig oh mein Gott Ich kann es hier einfach nur von diesem Skull-Field zwei Tote von mir jetzt Wenn es so weiter geht, surrendern die Echt schönes Team Kann der mal kaufen? Sorry, hab's nicht gehabt Ich gleich lang für dich, warte Fuck my leg Warte nochmal Ja, ist gesmolten, ist gesmolten Ah, wahrscheinlich schützt er nicht Ich bin gerade so clean, Mann Ich bin gerade so clean, Mann Ich bin gerade so clean, Mann Einfach 13-0 Hm, egal Ich versuche ja, ja Ich bin für jeden Fall Ja, Mann Oh, let's go Schull No dog Because I don't wanna go the way of my dick Was habt ihr eigentlich für einen Rank? Ich war Platin 3 dieses Season, Silber 3 Einfach alle Games verloren Ich bin fertig Ich bin fertig Ich hab jetzt 3 Tote kassiert von diesem Skull-Field Ich bin so bad Ich bin so bad Nein, gestorben Nein Ich glaube, es liegt daran, dass ich keine Phantom genommen habe Meinst du? Ja, ich will die ganze Zeit Vandal, aber ich kann die nicht irgendwie Ich mische die Vandal meistens useless Ich bin so cool Ich bin so cool So sorry Bro Ja, gib mir einen Headshot und ich geb den 117 Wir sind so 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 Ich katz hier halt wirklich nur so dumme Anlaki Headshots. Das ist einfach 1 zu 4 Mann. Eben hatte ich keinen Aim und du hast mich gecarried und jetzt bin ich dran. Digger das liegt gar nicht an den Aim sondern einfach an den Anlag Digger. Ich weiß, ich kenne das doch selber. Runterspringen gibt ihm einen Headshot. Ich kenne ihn, ich kenne ihn. Fenix hat ein Schad. Nice. Kanonkill gemacht. Geht laut. C ist Brimstone. Ah, nimm gut. Du wot hast gefühlt jeder Körper tot. Ich würde wenigstens nicht negativ in dem Game stehen, man. Ruhig. Äh, lemme, lemme. Okay. Mein Feind. Oh, willst du mich verarschen, Mann? Wie viel Glück man haben muss, dass ich da nicht getroffen habe. Ich würde mich verarschen. Right, right, right. Ich würde mich verarschen. Ich würde mich nicht verarschen. Ich würde mich verarschen. Kannst du mich verarschen. Mann! das war alles so geplant was ist das denn warum kann ich denn nicht im sprachschild reden das weiß ich nicht vielleicht musst du deine taste verlegen was war das bitte für ein kill was war das bitte für ein kill holig wenn es so weitergeht wird die oben ein neuer main so why do fake steps on a let's let's try to go woher soll ich das wissen alter wenn ihr die ganze zeit englisch ist kein problem wir können auch englisch reden in der ecke ja minus 140 trainer geil ich lebe es auch krass es ist wirklich schade dass trainer 10 ap noch hat macht super schmerz last round before the switch spend those strikes before we lose them ich fläche geht raus ja ja 321 go ja ja ich kann dir einfach mal wieder one tippen einfach mal 20 kills in 12 runden einfach mal 6 kills auf dem tisch leicht leicht ja ich stehe für negativ Monica ich bin Aua, 2 lang, 3 lang, 5,5 lang, kann man sagen, 3 müssen es, ich komme, alter, einer campt, äh, Double Doss Ich kassiere echt nur Headshots, ne, mein Fehler, ich bin da unvorsichtig reingerannt, das war voll my bad Ich weiß nie, dass du streamst, lol Ja, was, was, wer streamt? Keine Ahnung, äh, der Jerematics hat geschrieben, ich weiß nie, dass du streamst Ich stream immer Samstag und Sonntag ab 18 Uhr und manchmal auch in der Woche, je nachdem, wann ich Zeit hab Aber meistens bin ich auf der Arbeit in der Woche, deswegen geht das nicht Du Hund Dieser Omen, alter, alle gehen C, er hockt A oder B, Mann, was ist das? Er war so auf dem Kopf, okay, ich mach ihn jetzt fertig Sieben zu neun, der war Sieben zu neun, der war Die Flaschen, ich bin wahrscheinlich wieder tot, was soll denn der Scheiß Spike, Licht Das ist schon das dritte Mal, dass mich Omen holt, alter Ich bin so am Lackay einfach Ich bin so an die Lackay vor Ecuador, ich Inhale auf dem Kopf Und ich mache überhaupt keine Kills seit drei Jahren. Kannst du mir legen oder brauchst du das Geld, ich weiß. Äh, ja gut, dann spiele ich einfach Spectre. Oh Gott, die kommen wahrscheinlich da, in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. Spike war Doppeldoss. Spike war Doppeldoss. Ich will jetzt den Zuschauer mal sehen, wie ich carry ihn werde. So, Spaß, war geplant. Nee, ich hab ja noch mehr. Der plantet jetzt auf A. Mit Ansage. Drei, zwei, eins. Oh lol. Doch nicht. Aber mein Timing war nicht schlecht mit dem Schuss. Ja. Ich hab's auch nicht verstanden. Ich dachte, er geht A planten. Der wollte natürlich noch einen Killsnacken. Der Schlinge. Aber so langsam läuft 12 zu 9. Ja, Mann. Ja, wenigstens nicht mehr 3 zu 8 oder was. Was? Ich hab's auch nicht verstanden. Ich hab's euch noch mal gesehen. Ich hab's euch noch mal gesehen. Ich hab's euch noch nicht gesehen. Schuhe. Aber meine One-Taps sind grad richtig clean Ja, 3 zu 9 Warte, 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 warte 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 5, 2, 2, 2 2, 3, 2 3, 2, 2 1 hast du easy mehr glück als verstand alter die war letzter platz bei den sieben zu vierzehn Kann ich auch gehen? Kann ich auch gehen? So Machst du eine Error und fahrrad und schreit Jaa... Unverassend. Steppen zu Dread auf Long. Ah na? Aber grad... Ja... Beach ult. Beach ult. Spike planted. Fuck. No charges left. Watching here. One shot. One side. You should run. Safe einfach. Einer kommt von B glaube ich. Ich habe Steps gehört. Hmm. Ich habe das. Los geht's! Such an. Linking. 3 2 H. GG. Alter, 27 Kills, Mann. Oh, ich bin so froh. Holy. Aber dass wir echt dreimal hintereinander mit den Leuten gespielt haben, ne? Ja, Mann. Oder auch einmal gegen die. Alter, ich wünschte mir nur, dass wir ein Ranked-Game gewesen wären. Ich hätte jetzt so viele Punkte dadurch bekommen. Vielleicht sogar Instant-Rankup. Ich würde sagen, noch eingehen. Schade. Ja, einen Game können wir auf jeden Fall noch machen. Und dann lade ich die Parts hoch. Beantworte ich kurz ein paar Fragen. Schon wieder, Haven? Du hast meinen Kanal abonniert. Läuft. Natürlich, Digga. Ich wusste nicht mal, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, ich war schon, ich war sehr traurig. Ich war am Boden zerstört. Oha. Ich war schon am Fallen. Ich wollte mich schon umbringen. Aber dann habe ich noch die Nachricht gesehen. Neuer Abonnent. Ja. Digga, Digga, Digga. Das ist dann, glaube ich, Teil 8 sogar, ne? Was denn? Von Normal Games Carry. Das hier? Ja. 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 Ja, bald, die 10. Natürlich. Und irgendwann mal die 1000. Ne, 1000 nicht. Ich glaube, das ist nicht mal zeitlich möglich. Davor sind wir beide schon gestorben. Meinst du? Ja, aber safe. Ne, ich glaube nicht. Ja gut, wenn du jetzt 24-7 ein Video machst. Und machst dann ein Game, eine Folge. Dann dauert es aber safe, ein Jahr. Das ist schon wieder safe. Still human. Still mortal. Rainer. Grace. Phoenix. Ja gut, das Gute ist, wir haben einen Healer. Das könnte wichtig sein. Also. Gucken wir mal, ob wir die 27 knacken können. Ja, 30 wäre doch. 30 wäre echt schnieke. A push. Ja. Ja, ja, ja. Ach, maaann. Ach, diga. Ja. Also, warum das jetzt kein Headshot war? Oh, nee. They're going high. Phoenix. Phoenix hat auch ein komisches Fadenkreuz, ne? Ja, man. Schaffst du so? Ach, ey. Ich konnte damit gar nicht spielen. Das würde mich voll irritieren. Ja, vor allem, wenn es sich der ganze bewegt, ne? Ja. Hm, nice. Der checkt halt gar nichts, man. Der ist völlig lost. Aber dass er wirklich so reingeschissen hat, das ist mir... Das ist ja eigentlich ein Wunder, oder? Egal, egal. Ich kaufe mal rein. Kommt da jemand? Lass zurück. Oh, wir sind auf C. Schreien wir noch schnell den Ult-Punkt. Strike. Lauf. Alter, was? Wie hat das nicht One-Hit getroffen? Ich verstehe die Bucky nicht manchmal. Ich ziele auf Kopf, kriege ich nur 40 Schaden. Ich ziele auf Körper One-Hit. Trifft es dann mehr Schüsse, oder wieso? Ich weiß nicht. Alter, das letzte Game war so nice. Ich will noch mal in das Spiel rein. Das Team ist wieder mal komplett lost. Follte ich zu. Ach, die Rippen. Von hinten eine Headshot. Ich werde halt echt von hinten geholt, die Traurigen. Ich kann aber nicht schon was kaufen, Alter. Nobody. No money, money, money. Heute soll ich mir Light Shield holen. Das ist ein normaler Weapon. Hm, mach ich auch. Dann habe ich zwar keine Fähigkeiten, aber... Shop Shield, hab ich. Ich nicht. Darf jetzt keiner sterben, die Runde. Seifert Ulti. Die sind auf C. Einer ist Window. Jet ist irgendwo B, Mittel irgendwie so was. Hier. Lena, sieh lang, sieh lang. Da ist neiner. Da ist neiner. Die. Ach. Wie geht es? Ich schieß sie mit der Waffenstenreiche durchsage. Hast du Jettka gesehen? Nee. Du safe. Nachkampf. Es ist so dumm, ich hab mit der Ult durch eine Person durchgeschossen. Einfach durch, als wäre sie gar nicht stark gewesen. Kräger. Ist sie gesprungen oder was? Nein, gar nicht. Nicht gesprungen, gar nichts. Einfach durchgeschossen. Okay. Aber genau in ihrem Bauch und einfach durch. Das ist halt irgendein Geist. Bumm. Gut, dass es das letzte Game ist, aber sonst hab ich keinen Bock mehr. Eben hab ich das Game schon so abgefuckt. Ich bin zurück. Ich bin zurück. 2. 1. Die Grenze. 1. 2. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Das ist ein guter Blick für dich. Es ist Zeit für sie zu knill. Komm, minus 120. Uff. Die war aber alleine. Die sind alle Wendor, lol. Der hat ja noch ein kleineres Crossfair ab, diese Arena. Hm. Da kann man aus dem Nix durch. One war in Side-P. Double DOS. Oh Gott. Hm. Hm. 30 Sekunden left. Component killed. Ich spiel doch einfach auf Zeit, Mann, wenn die nicht planten. Was ist los mit dir? Never show weakness. You know, you could have played time. As long as they don't plant. Thanks for the deep. No problem. I did not know that. Shoot me that round. Just one. At least you don't, you act like you don't know. Try not to die. Yes. My weapon is Reinhold. You are done. We have to spine our weapon. And attack our weapon. We have to do better. Yeah. Das war's für heute. Schau mal was ich hab... brauchst du einen? Doch, nein. Willst du meine haben? Nene, alles gut. Liegt gut. Ein bisschen schöner. Ich bevorzuge den schwarzen, schwarz-blauen. Ja, der ist auch geil. Die müssen gerne bei blauen. Geht weg! Die Hunde beginnt! Alter, bin ich scheiße. Ey, da campen alle in der Ecke. Zu freudig, diese Gegner. Packen wir ab. Und wir losen jedes Mal, obwohl die nicht blenden. Das ist noch schlimmer. Die haben Phoenix 1 zu 7 und 5 zu 8 Reiner. Aber immer auch die, die am meisten Kills machen müssen, sind immer die Letzten. Das ist ja unnormal. Vor allem, vor allem sind es dann auch die, die FF schreiben und so. Aber 1 zu 7. Als Phoenix schon, bitte. Der ist ja noch besser als Reiner. Ich habe keine Ahnung, wieso ich den Sage Slow jetzt gepusht habe. Obwohl ich wusste, dass die dort up-aimen. Wir haben einfach einen Headshot. Das ist egal. Irgendwie macht sie einen Cut. No. Ich habe auch nur für heute. Vielleicht schon auch das Level 22 machen. Bro, kann ich Dragon Medal haben? Einfach zu Ransom. Einfach zu Ransom. Ich gehe jetzt mit Ulti rein. Komm schnell hinterher. Warte. Da piekt einer. Ich habe so getrollt. Ich habe richtig hart getrollt. Warte. Ich habe das. Ich habe das. Oh mein. Fuck. Fuck. Nice. Drop. 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 What do you want? Beg. Beg. Beg for it. Nice game, bro. Beg for it. Decoi. 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 Reloading. Satchel out. Satchel out. Satchel out. Get out of my way! Cypros bei mir. Hier kommt der party! Du wirst nicht aufteilen meine Alli. Der Name ist Spike. Spike spottet. Ich gucke mich. Pullt ab und der stirbt wieder nicht. oh mein gott bin ich scheiße, der war geflaght lol last round in the half 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 ich komm mal mit dir lang, ich lass den shot open boah let's start this party hm alter was ist los mit mir gerade, warum treffe ich nix? das ist voll komisch ich brauche erstmal einen schluck ich hab 14 HP jetzt hast du für 10 plus 100 ne 74 hm was hat das nicht voll geheilt bringt 60 HP echt? ja wusste ich nicht da bin ich sage main seit der Beta und weiß nicht wie viel das hält krass ah ah one enemy remaining nice one ich hab's nicht gesehen leider ich hab kurz bei Sage geguckt ich hab kurz bei Sage geguckt ja wir wollten gerade beide ooooh schwaaass ja ich hab gerade, wo du traurig geguckt hast, hab ich auch traurig geguckt einfach beide die gleichen yoru 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 blind incoming aber bitte nicht uns oma iwamu shindeiru nani heimat j4 da hat uns alle geblendet ein wäre vorbei warum kriege ich keine kills warum kriege ich keine kills nani naturlich ich bekomme eine Headshot ganz klar natürlich 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 ufff 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 sooo einer hat schon verlassen nice ufff 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 nani ufff 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 Ich wollte ihn im Sprung töten Ich habe Reapock noch nie mit meiner Souverän, wie heißt sie, Dost, noch nie den Finish, erst mal gesehen I need a drop Not bad Fight Time to jump Come back, come back, come back Come back Ich rotiere da Jet ist one hit Jet ist so one hit, ne? One enemy remaining Get out Now get out Nice, nice Nice, so Zwar keine 30 kills, aber immerhin ein win Wenigstens zwei wins in einer Folge Ist auch mal gut, ne? Guck mal, guck mal das neue Tattoo Guck mal, guck mal das neue Tattoo Oha 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 deswegen habe ich sie weggeschmissen Freundschaft kaputt oh mein Gott es tut mir so leid es tut mir so leid es tut mir so leid aber die liegt bestimmt auf dem Dragon Vandal ich habe dir vor deinen Augen weggeschmissen oh Liga man kann halt nicht alles im Leben haben Leute so ist es irgendwann enttäuschen sie dich alle ne so komm ich verzei dir was ein game alter schnauhe schnauhe ich hätte nicht springen sollen schnauhe schnauhe ich werde nicht mehr schnauhe schnauhe ich werde schnauhe ich werde nicht mehr schnauhe wie das, kein Hedgehog war eben ich werde noch mal Bro Match point One more win You piece of shit Revive So funny They will cower Cutting through Your duty is much longer Back where I am Back off Yeti Reloaded Out of charges Decoy Decoy One enemy remaining Here Yoro revive Bitter 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 Oho Nein Oh mein Gott Attackers Revive Me Oh man I was just getting warmed up Was is was Wird er noch am ende beleidigt alter Typisch 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 Was Ne Holy shit Uh Rainer Kompliz Digga Cool Er denkt ich kann ihn jetzt nicht reporten nachträglich Wer war das Der c4 Report Ich hab jetzt einfach Rainer komplett Ghost Level 10 freigeschaltet Wow Nice Jut Leute ähm Das war's erstmal mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen wie immer abonnieren nicht vergessen und bis zur nächsten Folge haut rein Das war's erstmal mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen Das war's erstmal mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen